Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Samstagfrüh und ja, wir spielen wieder Entschrouded. Aber wir müssen nachher noch reden. Wir müssen uns über ein Spiel unterhalten, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es in meine Cloud kommt. Dass es auf GeForce Now kommt, denn es wurde überhaupt nicht angekündigt. Mit keinem Wörtchen. Null, nada, gente. Gar nicht. Deswegen bietet es sich dann an, ein Spiel zu spielen, von dem ich überhaupt nicht gedacht hatte, dass ich es spielen würde. Wenn ich danach gefragt wurde, habe ich schon gesagt, nee, wurde nicht für die Cloud angekündigt. Deswegen, nein, werde ich nicht spielen. So. Spiel wurde released. Spiel ist ab dem ersten Tag in der Cloud. Also, wir haben Gesprächsbedarf. Vorher. Müssen wir Entschrouded durchspielen. Also, nicht, dass wir jetzt einfach hier durchwaschen werden. Nee. Wir werden es durchspielen. Im normalen Tempo. Und wir geben mal südliche Karavane. Sonnentempel. Und... Obelisken vorschoben. Es sei denn, das ist wieder da, wo wir nicht weiterkommen. Aber das gucken wir uns jetzt an. Südliche Karavane. Dahin. So. Und wir verlieren natürlich auch überhaupt keine Zeit. Ne? Wir stürzen uns direkt in den Spaß. Gucken. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Acht Tote. Okay. Wollen wir uns auf dem Schirm haben? Ich habe ein paar Sachen ebenfalls noch zusätzlich umgestellt. Ich bin ja jetzt... auf dem Weg komplett weg von Stream-Elements hin zu Streamer-Bot. Und dieser Wechsel, der findet langsam statt. Der findet statt, aber langsam. Ne? Wie üblich hier auf dem Channel. Und... Ein paar Sachen sind schon umgezogen. Ebenso wie dieser Bode-Scounter. Deswegen steht da auch nicht mehr Stream-Elements, sondern meine Wenigkeit. Und das liegt daran, ich habe einfach noch keinen Bot-Account. Ich muss mir erst mal überlegen, wie wir den nennen wollen. Ich glaube, hier waren wir schon drin. Ja, das war das jetzt. Wow. Und wir werden... Warte mal. Am Anfang, wenn man natürlich nur quatscht. Er funktioniert. Der Todes-Counter geht hoch. Wenn man sich durch die Wildnis rennt und sich verquatscht, mal selber schuldig, wenn man stirbt. Wieso? Aber ich glaube, wir haben noch nicht mal was verloren. Wir haben nichts dabei. Was natürlich auch heißt, der ausgeruht-Buff ist sofort weg. Cool. Nicht cool, aber cool. Aber man sagt, ohne ausgeruht-Buff, dann können wir uns auch nicht gleich so überfransen. Was habe ich denn den Tiger nicht gesehen? Wo ist er denn da hergekommen? Habt ihr den Tiger gesehen? Der uns von der Krümmel hat? Hmm. Keine Ahnung. Der ist auch wieder irgendwo hin verschwunden. Also, weg. Aber einfach weg. War jetzt einer. Was tut das? Was tut das? So. Es ist doch nicht so schwer. Es ist doch nicht so schwer. Wir waren nur unvorbereitet. Der Kompass oben ist so aber irgendwo hier Irgendwann standen wir mal irgendwo vom Durchgang bis sofort wirklich ist Miasma wahr. Da sind wir damals nicht weitergekommen. Mal gucken, ob ich den Durchgang jetzt hier finde oder ob der Kumpel woanders ist und ich den nie wieder finde. Kann auch sein. Aber wir gehen mal ganz kurz hier hoch. Oh, drei Löwen. gegen Tiger, was auch immer. Der Dritte wollte gerade zum Glück was anderes jagen. Da ist mir auch nichts dagegen. Okay. 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 Hey, dieser Kompass, das ist echt der letzte Schmutz. Na ja, komm. Ja, im letzten Moment umdrehen und weglaufen ist schlecht bei einem Fernkampf. Oh, da sehen die ich wäre ein Kämpfer. Ich wäre ja gern Nahkämpfer geworden, aber irgendwie ist Nahkampf in dem Spiel nicht attraktiv genug, um es wirklich durchzuziehen. Na ja, da oben fliegt wieder was um. Ah ja, da ist... Hm... Oh, der Flick hat Wanderlang, dann lassen wir den auch in Ruhe. Ja, schon mal... Doch, Schwefel haben wir schon mal abgebaut. Walle, stimmt. Die bin ich schon mal gelatscht. Und hier rennen wir aber nur durch. Stimmt, hier war mal letztes Mal. Also wirklich letztes Mal. Haben wir gesehen, das ist tödlich für mich erstmal. In der Zwischenzeit haben wir die Base upgradet. Und wir kommen hier durch. Das ist sehr schön. Und wir kommen hier durch. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Dann sehen wir den gleich erstmal raus. Und wir gehen trotzdem mal gucken, was da der Begut drin ist. Okay, rote Käfer. Die explodieren. An die Karte Käfer. Okay, die sind neu. Hat man noch nicht. Höhenpassage. Oh, jetzt komm schon tiefer. Oh, noch mehr. Na gut, wir gehen da nicht weiter. Nee, nee, nee. Machen wir später. Und wenn wir halt gar nicht mehr hinkommen, dann brauchen wir es auch nicht. Dann ist es auch egal, wenn wir das nicht gemacht haben. Und natürlich ist hier so ein Rache. Stufe 21. Moment, was waren wir? Wir waren Stufe, 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 Stufe 23. Okay. Ja, den pullen wir irgendwann, oder? Ich glaub, der muss weg. Oh, geht. Gut. Die meisten Viecher, wenn sie einen nicht wirklich von hinten überraschen, sind eigentlich kein Problem. Gruppen sind ein Problem. Und halt Angriffe aus dem Hinterhalt sind auch ein Problem, ja. So, gucke ich trotzdem kurz. Haben wir schon mal Schwefel abgebaut? Sieht doch noch Schwefel aus. Ja, zumindest kriegt man keine neuen Rezepte. Ach, das waren diese ganzen Bomben und Dreifachbomben, ne? Ja, das müsste Schwefel gewesen sein. Bruchtschüssel unter Feuerwind. Ah, Jakarbruch war das. Liebe Jasmina, gestern Abend war einfach perfekt. Ich bin überglücklich, dass dir meine Kochkünste gefallen haben und du um das Rezept gebeten hast. Achte ich mir. Ich lasse es hier, bevor ich mich wieder mit den vielen hungrigen Neunern der Kameraden kümmere. Mal sehen, ob du die geheime Zutat erinnerst. Moment. Das ist meine Yucca-Frucht. Gegrillte Yucca der König. Mhm. Man entfernt die Kerne und schneidet Yucca in 1 cm die Scheiben mit allen Zutaten nach Geschmack bestreichen. Nicht schüchtern sein, mehr ist besser. Auf offener Flamme rösten, bis sie weich ist. Während des Röstens die Kerne in einer Pfanne rösten, bis sie goldbraun sind. Heiß und mit viel Liebe serviert. Oh. Erstmal Überlebensfläche. Das ist Mehl. Okay. Wir holen erstmal den Bogen. Oh, kein Bogen. Erstmal Meteor. Wir holen erstmal den Bogen, ne? Okay. Wir holen erstmal den Bogen, ne? Oh. 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 Okay. Ich hab mir zwar was anderes wunderbar vorgestellt, aber ist okay. Was ist das für eine Ansicht? Welch Segen, das Volk von Ostlapis, hat überlebende aus der Karawade gefunden. Angeführt von Königin Jasmina selbst. Als ich ihre Rede hörte, den Wind in ihrem Haar sah, da wusste ich, dass ich ihr folgen würde. Mit der Flamme der Hingabe und des Mutes leuchtet ihr Licht hellgehend neu anfangen. Die Königin, wundervoll, so entschlossen und ausdauernd strahlend wunderschön. Ich strebe danach, wie sie zu sein, die Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Es schmerzt mich, meine Taverne zu verlassen, aber solange mein Herz schlägt, werde ich etwas bauen. Ich werde wachsen und durchhalten, besonders wenn meine Königin so mutig den Weg weist. Emily Frey So, aber ja sonst noch was. So, das war die südliche Koromone. Wir gehen weiter zu den Sonnentempelgeschichten. Wieso? Achso. Ah, das ist ja cool. Okay, wir haben so ein bisschen Sand hier drüber gemacht. Um quasi zu zeigen, dass es hier schon sehr, sehr lange kein Mensch mehr war. Das ist cool. Gefällt mir. Ah, bitte den Weg frei hier, ne? Es ist wie Winter im Schneeschippen. Das muss man auch immer machen. So, und natürlich wird hier Nacht. Jetzt Nacht. Ja, gerade noch ein bisschen vieles. Meine? Moment, ah, doch, waren drei. Dann habe ich jetzt eine quasi eben nicht ziehen, nebenbei miterledigt. Die ist auch schön. Ähm, ja, okay. Okay, das war's dann auch. Gut. Das können wir nicht nutzen. Das könnten wir nutzen. Moment. Wir legen uns ganz kurz hin. Bis zum Tage. Ich mag die Nächte nicht in Entschrouded. Also, aber ich mag's schon. Sie sind atmosphärisch, sie sind geil gemacht, sie sind extrem dunkel, aber zum Spielen ist es einfach unschön. Stoffwetzen. Brauchen wir nicht mehr so sehr wie am Anfang. Gerade um die Verbände herzustellen, ganz am Anfang, waren die Stoffwetzen doch essentiell. Mittlerweile so, mhm, nö, brauchen wir nicht mehr. Oh, das Ladchen doch geht noch um. Okay, aber zur Routen gibt's ja aber nischt. Nischt. Ne, kein Geheimraum. Ähm, nö, nö, nö. Was soll das hier sein? Ein Laden, oder was? Oh, Metallschrott? Gut, wir können wieder Titel herstellen, wenn wir's brauchen. Hinter der Treppe. Weiß doch bestimmt was, oder? Nö, nö, nö. Dann halt nicht. Wir brauchen, wenn wir's brauchen. Okay. Ghon